Vorletzte Folge, Jäger reagiert auf Seven vs. Wild. Wir gucken uns heute Folge 15 an. Ausgewählte Szenen von unserer lieben Melissa. Und reagieren darauf. Letzte Folge ist ein Team gegangen, weil sie zu... Zu Mata und Tri-Man. Bleiben noch drei Teams. Und? Schauen wir mal. Und drei Tage, right? Ja. 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 Schauen wir mal, wie es läuft. Let's go. Let's go. Der Moment, wenn das so heiß ist, aber man so tostig ist. Vielleicht trinkst du ein bisschen langsamer. Ich nehm's dir weg. Echt, wie ein kleines Kind. Wir melden uns, falls es was Neues gibt. Ja. Heute wird es aber nicht viel Neues geben. Oh, nee, ich will meinen Bogen weiterbauen. Ja. Wir hören uns dann. Ich hab schon komplett vergessen die Bogen-Storyline. Wie Kraut. Aber vielleicht wird's ja noch was. Vielleicht, vielleicht an Tag 18 ist ihr Bogen... Vielleicht wird's ja länger da bleiben, um den Bogen fertig zu machen. Wir haben heute gar nichts geschafft eigentlich. Aber war auch so geplant. Weil, guckt euch das Wetter an. Also es zieht wirklich nicht auf seit zwei Tagen. Und vor allen Dingen mir, bei Dominik geht's anscheinend. Aber gerade bei mir, Digga, egal, was ich anhabe und so. Egal, selbst im Schlafsack, der ja übel warm sein müsste, ist mir richtig kalt. Deswegen bin ich auch inzwischen in Vollmond-Tour hier immer unterwegs. Das ist so krass. Wir haben voll oft... Topic Kälte. Was ist so dein Trick für so einen kalten, nassen Drückjagd-Tag? Wie hält man sich da warm am besten? Indem man durchgeht. Also einfach Bewegung. Ja. Also ich bin auf Drückjagden gar nicht mehr auf dem Stand. Ich geh nur noch durch mit den Hunden. Aber als ich früher noch auf dem Stand war, war am Einpacken. Heizsocken. Heizweste. Also wenn's wirklich kalt ist. Und ansonsten zu dick anziehen ist halt auch nix. Weil dann kannst du dich auf dem Stand wieder nicht bewegen. Ich hab Leute, die haben irgendwie so einen Ansitzsack vielleicht noch dabei. Aber das ist auf Drückjagd eigentlich auch... Kratsch. Ja. Ich bin nicht mehr auf dem Stand. Ich geh durch und mir wird's definitiv auf der Drückjagd nicht kalt. Okay. Also Bewegung. Bewegung. Ja. Ich will die ganze Zeit irgendwas machen, aber uns fehlt die Energie, was zu machen. Und dann sitzt du einfach da und guckst die Uhr an, Alter. Das ist, das ist, Nojo, das ist für mich die krasseste Challenge. Also man denkt vielleicht essen, man denkt vielleicht trinken, man denkt vielleicht... Wie ist das, wo wir gerade beim Drückjagd-Topic waren oder auch auf Ansitz, wenn es passiert nichts und es ist einfach nur langweilig und die Zeit geht nicht rum. Wie hält man da so die Aufmerksamkeitsspanne um oder die Konzentration, dass man dann funktioniert, wenn es... Ähm... Also... Zwei Dinge. Also zum einen musst du die Konzentration nicht oben halten, weil wenn was kommt, dann kickt das Adrenalin. Also dann bist du direkt wach, wenn du was knacken hörst oder wenn plötzlich was dasteht, dann bist du wach. Ähm... Und dann ist es bei denen ja nochmal anders, die müssen ja jetzt echt viel Zeit einfach totschlagen. Und bei mir ist es so, wenn ich auf Ansitz gehe, dann ist das für mich eine ganz bewusste Entschleunigung. Ich habe den ganzen Tag irgendwie Arbeit und die Kinder und Prügel und Leute, die irgendwas von mir wollen. Und dann habe ich endlich mal zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, wo ich einfach mit niemandem reden muss und nichts machen muss und auf keine Nachrichten antworten muss. Dann setzt du dich hin und genießt. Wobei das viele auch mittlerweile verlernt haben. Ich kenne einige, die nehmen Bücher mit auf den Hochsitz oder haben dann halt das Handy immer mit dabei und gucken aufs Handy. Und wenn wir so ganz bewusst einfach nur hinsetzen und in die Ferne starren oder warten, bis die Zeit vorbei ist, das können halt viele nicht mehr. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes als bei denen. Weil die müssen jetzt... Die haben ja nichts und müssen ganz viel Zeit totschlagen. Und für uns oder für mich ist es so, wenn ich auf Ansitz gehe, dann freue ich mich drauf, dass ich mal zwei Stunden wirklich auch nichts tun kann, außer da sitzen und der Natur lauschen. Glaubst du, dass Handys ein Problem auf Drückjacken sind? Glaubst du, da geht ganz schön Strecke verloren, weil man einfach nicht aufpasst? Ja. Ja? Ja, definitiv. Also es gibt Leute, die haben ganz bewusst das Handy gar nicht... also packen es nicht aus. Aber es gibt halt auch viele, die immer mal wieder aufs Handy gucken und ich kenne auch viele, die schon gesagt haben, ich habe die Sauen verschlafen, weil ich gerade aufs Handy geguckt habe und dann ist die Rotte vorbei und man hat halt das Handy in der Hand gehabt und bis man dann das Gewehr oben hat. Ist man da als Jagdherr, Jagdherrern angetrisst, wenn man so eine Story hört und sich denkt, wofür machen wir denn den ganzen Bums hier? Das ist jetzt nicht unbedingt den Jagdleiter, aber es ist schon auch so, dass bei manchen Ansprachen auch die Jagdleiter sagen, Leute, ihr könnt mal zwei Stunden das Handy wegstecken und nicht rausholen und gucken, dass Strecke gemacht wird. Also es gibt schon einige, die das auch betonen. Das Einzige, wo man halt drauf gucken muss, wenn man jetzt, wenn man jetzt einen Stand, oder nicht muss, aber was man automatisch macht, ist, wenn du einen Hund hast und er hat eine Ortung drum, da guckst du immer wieder auf das Handgerät drauf, wo der Hund gerade ist und was er gerade macht und vielleicht auf dem Weg zu einer Straße, wo man irgendwie einschreiten muss oder so. Aber das Handy an sich sollte man eigentlich wegpacken. Vor allem, wenn du jetzt abends auf Ansitz gehst und es wird halt dunkel und dann guckst du aufs Handy und wirst halt angeleuchtet. Zum einen kann das Wild das auch mitkriegen, diese Lichtquelle und zum anderen schwächst du ja deine Augen damit, wenn du in der völligen Dunkelheit auf ein beleuchtetes Display guckst, dann siehst du ja draußen nichts mehr. Also ja, Handy weg und Ruhe genießen. Handy weg und Ruhe genießen. Genau. Wieder mein Projekt aufgegriffen, was ich ja irgendwie an Tag zwei oder so gestartet habe, nämlich den Bogenbau. Und es ist eine komplette Katastrophe und der Bogenwert ist ein 0 von 10. Aber hey, immerhin habe ich keine Ahnung, ich habe was zu tun, okay? Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen rumschnitzen, Zeitraffer anmachen und euch später mal das wunderbare Ende-Ergebnis-Zeug. Du hast viel zu dem Bogen gesagt. Wir haben eine ganze Folge über dem Bogen quasi. Sieht er so aus, wie du ihn dir vorgestellt hast. Ne, ich muss sagen, also optisch hat sie den schon ganz gut hinbekommen. Sie hat ja alles irgendwie schmaler gemacht und auch da, wo sie greift, das hat sie schmaler gemacht. Und sie hat diese natürliche Biegung noch mit aufgefasst. Ich finde es aber cool, dass sie selber von sich sagt, ja, es ist eine Nullnummer, aber ich war beschäftigt. Ja. Das finde ich cool. Ja, also ich bin gespannt, wie er aussieht, wenn er dann wirklich fertig ist. Aber ja, sie hat ja selber eingesehen, dass das eher Beschäftigungstherapie war, als dass es wirklich sinnvoll war. Ich habe jetzt einfach schon zum dritten Mal Raya gesehen und bin einfach jedes Mal zu langsam, sie mit dem Camcorder aufzunehmen, den ich natürlich hier griffbereit habe. Aber die fliegen hier so schnell durch die Schneise. Die heißen hier übrigens Blue Heron und die sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Graureiher und Purpurreiher bei uns. Das ist mega schön. Jetzt waren sie gerade zu zweit, aber die sind so scheu, dass die sofort über alle Berge sind. Voll schade, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht klappt es ja noch. Oh, guckt ihn euch an, da ist der Schöne. Oh, ist der schön. Das ist, glaube ich, ein Blue Heron. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber die Kanadier sagen so zu ihm. Sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Mischung aus Graureiher und Purpurreiher. Endlich mal wieder Tieraufnahmen. Ja. Endlich, ich meine, die haben diese Camcorder dabei und wir haben bisher den Wolf einmal auf Camcorder gesehen und ich glaube den Adler. Ja. Und jetzt kommt endlich mal wieder, endlich mal wieder ein Tierchen. Endlich mal ein Tier, dass kein Fisch ist. Ja. Ja. Hübsches Tier. Das Wolfsrudel. Gott verdammt, wie viele Spuren sind das überall verteilt. Guckt euch diese Wolfsspur an. Diese Krallen. Aber ich glaube wirklich, Sascha, meine Theorie ist wirklich, wir haben unser Revier markiert, er hat drüber markiert. Die Wölfe haben hier gejault, gemacht, getan, aber sie haben es akzeptiert. Sie haben uns als den Rangoberen akzeptiert. Ja, ich glaube ja. Und sind dann weggeblieben. Sind einfach weggeblieben. Weil die gemerkt haben. Haben die Wölfe Knossi als Alphatierchen akzeptiert, als Ranghöheres Alphatierchen? Also das Alphatier wäre ja Teil des Grudels. Die halten sich einfach von den Menschen fern. So, das, ähm, sie haben kein Interesse an denen. Also gar nicht. So, die gehen denen aus dem Weg. Weil, was haben die denn davon, auf Konfrontationskurs zu gehen? Die gehen denen aus dem Weg, dass sie mit einem, wenn die jetzt Wölfe auf dem Bären treffen, denen würden sie auch aus dem Weg gehen. Die haben ja keine Intervention. Ja, wahrscheinlich. Und das ist da genauso. Das hat nichts mit, äh, mit Rangordnung und, und Alpha-Wolch zu tun. Also, aber in seiner Vorstellung ist es sicher, äh, schön, schön zu wissen oder sich vorzustellen, dass er jetzt der, der Boss ist dort in dem Gebiet. Nützend sich. Schon auch ein bisschen der Boss, der Knossi da jetzt. Ja, ja, natürlich. Und wenn ich mir aus dem Kopf setze, dann muss ich das Ding auch bis zum Ende durchziehen. Das heißt, Tag 13, Bogenbaum. So, ganz stolz habe ich hier jetzt, Junge, das ist eine Waffe hier. Dong, dong, da kann mir keiner mehr was. Na, wobei, wahrscheinlich. Aber so als Speer wäre das ja eigentlich, es hat kein Team Speer gebaut. Stimmt. So als, also, ich weiß, let's be real here, das wird jetzt keine erfolgreiche Bogenjagd. Was? Aber, aber so ein Speer, allein für die Fische in ihren Tümpeln da, gut, die waren sehr, sehr, sehr klein, das kann ich vielleicht vergessen, aber. Aber wer war das denn, da hatte doch, ein Team hatte doch mal ein bisschen einen größeren Fisch gefangen. Äh, wahrscheinlich Knossi. Glaube ich. Also generell, ich glaube, also sinnvoll, hätte auf jeden Fall irgendwie Sinn gemacht, sowas zu bauen. Wir hatten es ja schon mal davon, dass man auch sowas unter einem Ast nehmen kann und ein Messer vorne dran machen kann. Aber ich glaube, du brauchst super viel Übung, um damit dann einen Fisch aufzuspießen. Und dann musst du ja im Wasser stehen und du musst ruhig im Wasser stehen, dass der Fisch überhaupt so nah nicht rankommt. Und dann musst du erst mal Fische haben, die groß genug sind, dass du sie aufspießen kannst. Ja, stimmt, wir haben tatsächlich auch nicht viele Fische gesehen. Also, oder viele, viele Tote sehen, haben wir eher gesehen von den Teams. Ja, was ja nichts heißt, wir sehen ja nicht alles und, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit Fischen ist, aber vielleicht haben die sich halt auch nicht so bewegt, dass, ähm, dass die Fische zu sehen waren, ne. Vielleicht waren die, ich glaube, dass auch Fische recht gut sehen, was an der Oberfläche unterwegs ist und wenn da jemand so über die Steine hüpft, dann hauen die halt auch ab. Also, und dann, glaube ich, ist es wirklich echt schwer, mit sowas einen Fisch aufzuspießen, aber wäre eine Option gewesen und hätte man mal machen können, aber hat keinen Team gemacht, ja. Brüchte ich einfach direkt durch. Äh, eigentlich war mein Plan ja hier ein Speer zu basteln, um die Lachse in den Flüssen zu erlegen, aber das Ganze hat sich jetzt auch getan, seitdem hier kein Fluss ist. Hey, Brüdi! Hallo! Und mein Plan ist, dementsprechend jetzt einfach diese Spitze dafür zu nutzen, die hier vorne irgendwie so reinzuballern und dann mache ich die da irgendwie fest. Also, wir haben uns jetzt dafür entschieden, einmal eben mit Multitool da ein Loch reinzusäbeln und jetzt bin ich ganz fleißig dabei, hier nach und nach den Faden rumzuwickeln. Hä, aber die ist doch, das Metallstück ist doch oben so gebogen, das ist ja nicht spitz vorne. Ich glaube, das ist ein Widerhaken. Aber weil sie da, hä? Na, weil sie, wenn sie einen Lachs damit stechen wollte, dann... Aber es ist ja ein Pfeil und kein, also sie hat keinen Lachs. Nee, nee, aber sie hat das mitgenommen für... Aber wenn sie es andersrum festgemacht hätte, wäre es ja viel sinnvoller gewesen an so einem Pfeil. True. Nee, aber es kommt ja darauf an, wie spitz das vorne ist. Also, du kannst ja auch so einen Bogen haben und eine Spitze. Ja, aber das ist ja vorne, das ist ja umgebogen, da ist ja nichts spitz, das ist ja ein ungebogenes Metallstück. Ist das umgebogen? Oder habe ich es falsch? Es sei für mich, wir gucken mal. Für mich sei es irgendwie umgebogen aus. Sieht das geil aus? Hier die Einkerbe, zeig mir, genau. Und hier hinten habe ich auch noch eine gebastelt. Da hat sie unten auch noch eine gebastelt, mir ein bisschen geholfen und jetzt ist... Was sagst du, wie weit fliegt er? Ja, so einen halben Meter. Ich weiß nicht, ob es dir auf diese Schnur irgendwie ein bisschen Spannung drauf bekommt. Mir ist frei, ich glaube nämlich auch, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, da passiert nicht viel. Okay. Das ganze Projekt hier, ich sag... Magst du nicht da lang schießen? Achso, ich dachte in den Baum rein. Achso, ja, dann schieße ich in den Baum. Also ich sag ehrlich, der wird niemals in den Baum reinfliegen, weil das so ein Scheiß... Ja, ich glaube aber mit Dinema, das ist halt auch... Ich glaube, der fällt... Weißt du, was ich sag? Der fällt einfach gerade runter. Kann sein. Dinema ist... Aber Dinema ist halt blöd für Bogen... Okay, er fliegt gar nicht. Er fliegt gar nicht. Ja, weil du keine Spannung zusammenbekommst. Das ist ein Deko-Ding da. Hä? Joga, das war ein Meter. Warte. Sehr gut. Wir machen das Ganze nochmal. Wir brauchen ein anderes Band. Hä? Ich fühle den komplett. Okay, warte nochmal. Du musst halt... Ja, es ist auch das Holz... So einen Tag 13 war das immer meine Großgelange. Das Holz gibt halt auch leider gar nicht nach, sodass man halt null Spannung bekommt. Ich will auch probieren. Okay. Jetzt tut sie sich gleich noch weh dabei. Sie ist schon gekommen. Ja. Aber sie ist so stolz. Ja, ist ja auch zu Recht. Also... Ja. Does it work? No, aber... Aber sie hat was geschaffen. Aber sie hat was geschaffen. Ich sag's, wie es ist. Ich bin größerer Fan des Schachbrettes. Aber es ist auch was created. Es ist einfach was geschaffen. Und das ist doch cool. Ja, ich finde es auch so. Sie ist stolz auf sich. Ist doch gut. Das ist das Wichtigste. Wer nochmal wissen will, was Isabel sonst noch zu den Bogen gesagt hat, ich verlinke die Folge in dem es darum geht mal. Und er kann dann nochmal nachschauen, wie sich das hier jetzt gedreht hat. Nee, ich muss ja zum Abschluss auch ein bisschen was Positives machen. Okay. Zieh durch, Hanna. Zieh durch. Nicht in die andere Richtung. Geil. Was machst du denn da? Ja, aber du hast halt erstens dieses zu locker und zweitens null Spannung. Ja, wir brauchen ein anderes Band und einen anderen Bogen, aber egal. Kannst du zu Hause dann. Ja. Schau, aber wie fliegt denn das Hinten? Also ich würde den Hinten halt anders halten, weil sie hält ja die Sehne quasi mit fest. Weißt du? Und das ist ja kontraproduktiv. Ja, aber ich glaube, du kriegst da auch, da gibt es so wenig, also da geht einfach nichts. Da geht einfach nichts. Das war Folge 15. Das war Folge 15. Wir kriegen immer weniger Szenen gezeigt, weil es sind auch nur noch drei Teams, muss man dazu sagen. Ich glaube, die Energie ist bei vielen raus. Es ist jetzt, geht viel darum, wir bringen das Projekt zu Ende. Bei uns ist die Energie nicht raus. Wir bringen das Projekt trotzdem zu Ende. Eine Folge haben wir noch vor uns. Nächstes Mal geht es weiter. Einfach die finale Folge. Nächstes Mal. Richtig Bock drauf. Was machen wir denn danach? Da machen wir uns dann Gedanken drüber. Da machen wir uns dann Gedanken drüber. Jetzt machen wir erstmal Pause. Nächstes Mal ziehen wir durch das Finale. Und dann. Und dann. Und dann gibt es eine kleine Ankündigung. Aber erst am Ende von der finalen Folge. Perfekt. Bis dann. Ciao. Ciao.